so damit hat kommt zu einer folge ist assassin's creed odyssey heute machen wir hier mal wieder ein bisschen unruhen weg und so was halt so der job eines söldners ist so was geht hier ab was geht hier vor sich dieser malakas muss steuern zahlen wie jeder andere auch sonst zertrümmern wir jeden topf auf der agora das ist jocles befehl lasst den händler in ruhe ihr habt nach leute wirklich man macht ihr alle die gleiche gleichen hier brennen nun herrscht wieder frieden der händler schuldet mir ein paar edelsteine so sieht es aus aber da unten ist wieder ein söldner aber 6 also 36 level bin ich 34 glaube ich bin 34 ist noch vielleicht ein tick zu hoch für mich das mal ich ja fast drei söldner habe und muss ja nicht unbedingt sein einfach auf einmal 30 ach ich bin wieder an falschen ecken falsch abgebogen hier im hau hallo mein freund ich brauche anscheinend verweigert mir befehls aber dioklas meine bezahlung ja interessant solltner haben freund ich gehe hier mal ganz entspannt und dankeschön so da hat sich mein mikro einfach auf stumm gestellt und du musst die oklas sein würde echt jetzt okay dann bitteschön habt ihr euch echt da oben mit bohenschützen hingesetzt ach so jetzt habe ich natürlich natürlich kommen das kopfgeld egal daran habe ich gar nicht gedacht das ist jetzt wirklich ungünstig ich hoffe ich kann euch hier ja alle runter bitteschön so jetzt könnt ihr mal alle hier hochkommen ich möchte euch gerne hier runter treten ansonsten mache ich das halt so so jetzt wenn ab so Hi, mein Freund. Könnt's aber gut klettern. Hey. Hi. Wieso wollt ihr hier denn nicht da runterspringen, ja? Hi. Das war dein Todes-Ut. Ey. Autsch. Das war dein Todes-Ut. Ja, da fragt ihr euch jetzt, wo ich bin, ne? Mann, wieso drehst denn du dich immer weg, Mensch? Jawoll. Ne, 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 ne. Gönn dir. Brenn's doch, Junge. Oh, ich brenne auch. Das ist ungünstig. Hallo. Ich bin, ne, nö. Ich bin, ne, nö. Ich bin, ne. und mal hier runter hallo wieso hat er sich geheilt das für mich eine sehr große ungerechtigkeit das freut mich für dich junge als ob du dich die ganze zeit heilst du stück nimm das hier du bist jetzt auch brenne ach scheiße er hat mich auch gesehen oh das ist schlecht so seltener eins haben wir schon mal ouch ich muss man gerade energie auftanken holy moly jetzt habe ich hier noch zwei gruppen geht dudes das gefällt mir gar nicht vor allem hat der noch so viel hp wieder warte stopp mein freund wo haust hier nicht ab wo haust mir nicht ab ich habe so das gefühl dass er wieder volles volle hp hat oder mehr oder nicht ach komm du stück brenne mein freund brenne einfach du bist jetzt so fällig ohne deine söldner wenigstens hatte der befehlshaber meine edelsteine bei sich man sollte nie zwischen einem söldner und seiner bezahlung stehen das ist irgendwie nicht so klug so und jetzt bestätigen wir mal dein tod sehr schön das könnte jetzt problematisch werden ach nee doch nicht so hi darf ich mich vorstellen 1 alexios ich bin hier um dir zu zeigen dass du ziemlich schlecht bist er hat sich immerhin selber getroffen lassen lass mich mal gerade beiseite ich bin hier ich bin hier schuldig hier Mein Freundchen. Nummer 1 war das. Jetzt kommt noch Nummer 2. Oh, das ist problematisch. Hi. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Alexios. Und bin hier. Um dir zu zeigen, wie man kämpft. Bitteschön. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Bitteschön. Au. Bitteschön. Auch sie ist gefallen. Wunderbar. Dann sollten wir die Quest jetzt auch schön abgeschlossen haben. Und wir können mal gerade gucken, ob wir... Oh, ho, 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 ho. Die ist gar nicht so schlecht. Dieses schöne Schwertchen. Aber Feuerschaden und Wirkung ist halt immer noch besser, oder? Hm, eigentlich ja. So, was haben wir für neue Helme? Die sind alle von den, ähm, Boni her nicht so gut. Auch hier nicht. Hier. Schon. Und hier. Mittlerweile wahrscheinlich auch. Frage ist nur, welche. Ja, die, ne? So. Bögen. Haben wir da auch neue? Nein, haben wir nicht. Wir haben mittlerweile fünf Fragmente, das heißt, wir brauchen jetzt nur noch vier. Dann haben wir... Da wollte ich nicht drauf drücken. Ähm, dann haben wir es nämlich schon geschafft. Jetzt mussten wir, wenn ich mich nicht täusche, genau da hinten hin. Oder wollen wir einer... Da wollten wir eigentlich am Anfang erst hin. Wahrscheinlich das Haus des Anführers, ne? Habe ich recht? Habe ich nicht. Irgendeine Residenz ist das Ganze hier. Wow. Äh, okay. Kümmern wir mal uns um euch. Ich verstecke mich lieber. Oh. Schade. Das hätte gut werden können. Oh. Stürr den Mann! Erreiss! Ist mir in der Spiegel! Nein, nein! Mach es aus! Was ist das? Das wird doch nicht besser. Mach es aus! Mach es aus! Der war ein Kultist. Das ist sehr gut. Hoi. Tschüss. Oh. Ich konnte dich leider nicht wegtreten. Komm du mal hier hin. Tschüss. Ja, weiß ich warum. So, damit bist du fertig, mein Freund. Tschüss. Wo gibt es jetzt noch irgendwen? Bestätige den Tod eines Kultisten ab, Mai, doch gerne. Ich begräbt hoffentlich keiner. Wir haben ein weiteres Fragment erhalten. Und wen haben wir jetzt von den Kultisten erlegt? Äh, ihn hier. Ja, ja. Das wird immer napper, meine lieben Freunde, ne? So, haben wir jetzt eigentlich alles abgeschlossen hier? Ne, da oben ist noch die eine Kiste. Oh, warte. Wir können uns noch ein paar Feinden mitnehmen. Jetzt haben wir diese schöne Residenz abgeschlossen. Und jetzt kommen wir da jetzt nicht. Hi. Lasset uns die weite Reise beginnen. Mit drei Kopfgeldjägern am Hals. Guter Schnitt. Bald werden wir zum Glück einen los. Oh, hallo, Wolfe. Eine erschöpfte Miene, das ist so. Aber, wir gucken jetzt erst mal da hinten und dort. Auf geht's. Ich sagte doch, du sollst aufpassen. Aber du warst, dass wir nicht aufgemacht haben. War das? Oh, das war doch. 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 Kannst du hoch? Ja, natürlich nicht. Oh, hier ist ein Athena Militärlager. Wir sind Name im Film. Oh, los. Oh, ich sehe mir. Oh, ich sehe mir jetzt. Ah, glaube ich. Ich sehe mir ergän ethics cetera. Oh, ich sehe mich Hillshild. So, dann fangen wir gerade noch hier, äh, machen gerade noch das Militärlager fertig. Hi, Leute. Schön, euch auch mal wieder zu sehen. Ja. Machen wir nicht hier so einen Aufstand. Oh, das ist potenziell schlecht. So, jetzt ist du dran. Ich habe eventuell euer Lager angestückt. Das tut mir jetzt aber leid. Nein. Lass mich mal hier durch. Hi. Mach mal auf die Tür. Die Dormacht weit. Oh, Söldner. Das ist jetzt aber nicht gut. Das ist jetzt aber nicht gut. Ach, die sind immer so böse, diese Silke, alle, ey. So, jetzt sind wir nur noch zu zweit, das können wir regeln. Find ich gut, dass du dich da drin ansteckst. Kommst du heute noch, oder? Oh, dass da jetzt aber der zweite kommt, das finde ich jetzt aber ziemlich Umschnitt. Hallo. Hey, hey, hey. Ach, Mann, Dolche sind immer so böse. Das war dein Todesurteil, dass du den nicht getroffen hast. Bitteschön. Und da kommt gleich der nächste. Der Stress möchte. Wo ist er denn? Da ist er. Sicher? Da wäre ich mir nicht so sicher. Weil das jetzt die Soldaten jetzt hier noch hinkommen, finde ich persönlich jetzt nicht so premium. Ach komm, wenn du das so möchtest, können wir das auch so machen. Es ist heiß, es ist heiß. Wie lange hältst du das nicht durch? Nee, keiner hier. Nee, keiner da. Ich weiß auch nicht, wer das da war. Das hat sich gereift. So, aber das ist schon wieder 30 Minuten rum. Das ist schon wieder viel zu lange. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Hoffe, ihr habt's gefallen. Schaltet auch das nicht, Leute, ein. Und los, gern like da. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.